hallo hier ist martin von money monkeys dass die dachsanlöse für donnerstag den 10 11 2022 muss ich aufpassen dass ich hier springen ist schon nach null uhr sitze heute auf dem hot seat viel gefragt bei aktuellen crypto unruhen aber ist ja auch fein ist ja gefällt gefällt kann ich nur sagen alles so wie wir es haben wollten von daher alles gut zum dachs da ist noch nicht alles so wie wir es haben wollten aber da muss man aufpassen jetzt das sieht leicht bängstigend aus wie der sich jetzt hier oben dann doch schwer tut da ist noch kein short signal dass nämlich gleich vorweg gekommen er hat zwar mal so ein bisschen angerissen an der 5 75 mir hat mir gesagt wenn er darunter macht dann kann er unten raus oder eben 700 oben drüber sollte man darauf achten so die 700 ist oben nicht gekommen unten hat er schon ein bisschen eher drum herum gekratzt das hat man auch in unserem update so rausgeschickt dann dass das ein bisschen nach einträgen riecht aber muss halt auch mal raus und nicht bloß darum kratzen und ja da sind wir das immer was machen wir mit ihm das gleiche wie gestern das gleiche wie gestern ich wäre hier unheimlich vorsichtig wenn der unter der 5 75 rausgeht wer für mich ein grund short zu gehen long zurückzustellen vielleicht erst mal ein bisschen zu gucken was wird es denn draußen ich hatte wir sind ja gestern schon darauf eingegangen werische verkeilung im kleinen hier die hatten wir uns angeguckt werische verkeilung großen das heißt er kann aus der auflösung der kleinen ja in die auflösung der großen rein stoßen das ist schon eine komische gemengelage sieht man auch nicht auf dem dax muss man schon so sagen bringt aber natürlich ordentlich zunde auf der unterseite aber oben natürlich genauso man merkt deutliche markt nervosität auch im konto bereich wird unheimlich viel liquidität rausgenommen das war immer so was man müssen vorsichtiger sein sollte einfach mal wenn die märkte unruhig sind und hohe verluste auf der einen oder anderen seite stehen dann heißt das nicht dass der markt jetzt dass der taxis fallen muss weil die kryptos gefallen sind aber es ist einfach so eine häufige verkettung die man sieht wenn irgendwo unruhe ist bei den amerikanern bei den chinesen oder wie auch immer dass ich das eben auch auf die europäischen börsen dann so wie so ein kleines feuerchen umspringt also was will ich sagen ich würde eigentlich sagen der markt muss jetzt nicht wegen kryptos runterfallen ja aber er wäre zumindest ein bisschen anfälliger jetzt ein bisschen mehr zu bluten wenn er denn an wenn er dann fällt und deswegen würde ich einfach sagen unter 5,75 so wie gehabt so wie gestern unter 5,75 einfach unter 5,75 5,50 einfach ein bisschen vorsichtiger auf der unterseite eher vielleicht mit einer short ausschau halten nicht unbedingt long dagegen zünden wenn er da richtig fette karten kerzen und rausspuckt einzig ausnahme wäre wenn wir wirklich wieder wie am mittwoch nun sehen dass der kurz drunter direkt wieder nach oben ankommt hat also und wenn er dann nach oben die 700 rausläft also dann ist das auch eine richtige vorlage eben auch einen short squeeze reinzubringen und da würden dann wahrscheinlich sich noch mehr schwer tun und noch richtig short dagegen feuern weil ja alles rotes kryptos rot hier dort rot da rot er mich sehen auch nicht hübsch aus und der dax ja dann fallen muss und dann hauen die alle short dagegen und dann springt er erstmal richtig oben raus und klatscht die shorts allein die wand also das wie gestern ich habe das gestern schon versucht zu erklären und oder habe es auch erklärt über 700 ist für mich unheimliches risiko dass er wirklich auf beschleunigt haben gestern schon einige zum ausdruck gebracht dass sie das nicht verstehen können wie denn der markt hier noch auf beschleunigen kann aber der dax kann das er hat das oft genug gezeigt und was wir definitiv hier noch nicht gesehen haben in diesem bewegungsverhalten seit hier unten ist einfach mal ein richtiger run up den haben wir nicht drin und der markt kann sowas und das gehört in jede in jedes jahr im dax rein in jede bewegungsphase im markt rein und wir haben sehr lange im dax nicht mehr gesehen und von daher wird es schon auch irgendwann dann langsam mal wieder zeit dass das was bringt und damit meine ich halt wirklich aufwärts gelb 200 punkte durch rennen nächste aufwärts gelb 50 punkte wieder 250 oder 200 punkte durch rennen dann 70 punkte aufwärts gelb 100 punkte steigen nächsten tag wieder aufwärts gelb und dann noch mal 300 punkte steigen sowas haben wir ewig nicht mehr gehabt und sowas kann der markt aber was macht der markt auch gerne machen wir sind saisonal nicht sehr starken umfeld und da haben einfach das ist einfach die situation dass viele institutionelle anleger vom jahrsende einfach druck haben die müssen noch krendite bringen und so weiter und wenn die sehen da geschieht irgendwo performance und die sind aber noch nicht genug drin oder nicht dabei und die müssen aber noch liefern dann 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 springt die da auf jede kuh die irgendwie geil aussieht halt und versuchen da noch was mitzunehmen und das kann dann eben sich durchaus entladen und das meine ich so wie es meine halten kann man sich jetzt nicht und sagen nee das glaube ich nicht das sehe ich anders ist ja auch vollkommen okay kann ja jeder seine meinung haben aber ich muss es halt erwähnen also das ist ja meine aufgabe dafür guckte ja die videos da versucht mir nicht immer mal bitte so das wort zu verbieten verleiten dafür 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 schaut ihr doch rein halten müssen die die zu hören was hat typischerweise in solchen situationen machen und das kann ich hier eben festhalten das wäre typisch aus der situation heraus werden den keil nach unten aufzulösen ja in die in der auflösung zu gehen da ist eine 24 82 500 2 2 sag ich 13.480 bis 13.500 das durchaus eine erste erreichbare station die zügig erreicht werden kann und wenn das bricht und tiefer geht dann steht er auch relativ schnell hier unten in unserem kreuz drin und das ist bei 13 400 und wenn die dann bricht geht er ja die große keil auflösung an und dann kann man es auch richtig ungemütlich werden wie der andere feil hier bin ich gestern nach dem video dann mal noch eingesetzt habe ankündigt nämlich bis zu einem gap hier unten dann auch noch platz haben und von daher ich wäre einfach unter 5 75 vorsichtig und würde vielleicht auch nach dem schott ausscheiden das heißt jetzt nicht dass ich bei 5 75 alle meine aktien verkauf und alle meinte edf und jetzt davon ausgeht der markt muss jetzt hier 1000 punkte fallen nein ich wäre einfach dann vorsichtiger und würde long erstmal nicht handeln so lange bis ich wieder stärke sehe ja und vielleicht auch nach shorts ausschalten das möchte ich damit sagen der muss nichts machen der muss auch die ziele so nicht erreichen das kann auch alles gut werden aber das punkt und so ist es eben auch mit der oberseite mir ist das egal der kann da runter oder drüber mir ist das doch wumpe ich habe auch keine glaskugel das heißt ich weiß nicht 100 prozent geht da oben drüber geht da unten drunter aber ich versuche mich vorzubereiten was passiert wenn da oben drüber geht was passiert wenn er oben drüber geht und die verkeilung aufbläst und was in eine trendbeschleunigung das ist das denke ich mir nicht aus sondern das ist einfach wenn der markt aus einer trendlinie oder einer trendbegrenzung raus steigt und über die linie hinaus dann beschleunigt das ist das ist einfach eine trendbeschleunigung also wenn der markt steiler ansteigt wie der trend vorher begrenzt hat und beschleunigt er den trend und setzt einen neuen steileren trend ja das ist kein wort was ich mir ausdenken das ist tatsächlich im fachgeron so dass das bezeichnet man so das habe ich mir ausgedacht von daher also über 700 für mich risiko auf short squeeze und macht aber unter 5 75 raus was ich eher eigentlich erwarte am donnerstag ruhig mal ein bisschen movement einplan und die werden den auch versuchen zu retten da kann auch sein dass man richtig gegen gekrätigt wird und richtig richtig movement auch reinkommt us-daten kommen auch noch mal also das wird ein interessanter handelstag da sollte man auf jeden fall mal bei der stange sein oder mal ein zwei mal mehr reingucken wenn man arbeitsmäßig doch stärker eingebunden ist sich dann doch vielleicht mal fünf minuten mal 14 30 16 uhr oder so immer mal reingucken vormittag mal vor zwölf uhr vor der mittagspause noch mal reingucken das kann wirklich ein spannender tag werden hier am donnerstag und wie gesagt der mag das etwas unruhig wir haben kleine flächen brände im crypto bereich aber es kann auch mal überspringen da muss man ein bisschen ein bisschen achtsam einfach sein deswegen unser titelbild das haben wir ja an bekannten stellen immer mal drin wieder wieder drin gehabt ich glaube die berühmteste verwendung dieses titelbildes war 2021 an dem tag hier da da hat man dieses bild haben wir gesagt boden gebrochen wo das kann jetzt hier ein bisschen böse werden haben nicht gesagt dass bis 9800 fällt nein aber gesagt vorsicht bis nach unten gucken nicht unbedingt reinlaufen wenn der schwäche zeigt und so ist das jetzt hier ähnlich muss jetzt bei weitem nicht so dramatisch werden aber es ist halt einfach eine stelle wo ich sagen würde aufpassen ja in dem sinne ich wünsche euch viel erfahrt gutes gelingen muss nicht so kommen kann es aber ihr wisst es wie es ist alles kann nichts muss ja bis morgen tschüss